3 zu 1, das Tor des Monats, vielleicht des Jahres, haben Sie jetzt viel Spaß mit Bicente, Lizarra, zu. Na, das war wohl kaum zu viel versprochen, der kleine Bicente erdrückt von seinen Bewunderern und Thorsten Finkner oben drauf. Was für ein Wahnsinns-Tor nach Effenbergs Freistoß. Volley, volles Risiko, entweder er geht in die Isar oder halt rein.